Den grünen Daumen haben am Donnerstag die Kinder der Waldschule bewiesen. Mit Begeisterung bepflanzten sie vier Hochbeete in der Haarenstraße. Die Straße ist eine von neun Stationen bei den Oldenburger Stadtgärten, die vom 6. Mai bis zum 6. August in der Innenstadt zu bewundern sind. In diesem Jahr steht die Aktion vom Citymanagement und der Stadt Oldenburg unter dem Motto Flower Power. Bunte Blumen und Autos aus den 70er Jahren versprühen Flair von Woodstock, wallenden Gewändern und Naturverbundenheit. Das Motto schließt sich an das 50-jährige Bestehen von Oldenburgs Fußgängerzone an, die seit 1967 besteht. Demnächst gibt es im Herzen Oldenburgs also einige knallig bunte Blumenbeete zu bewundern, die den Passanten hoffentlich so viel Spaß machen, wie den Kindern das Gärtnern bereitet hat. Untertitelung des ZDF, 2020